Hey, Haukartoffeln, ein weiteres Fortnite, einem schönen Video, solle für euch im Start, der Shop hat sich aktualisiert, wir springen gleich hinein, eine Sache von weg, falls ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne den Creator-Code Editor-Afo benutzen. So, zurück zum Shop, wir haben ein komplett neues Set, Kunya, Kenji und der Schnellschlag, fangen wir immer ganz links an, beim weiblichen neuen Ninja-Skin, beide Skins kosten 1500, bisschen viel, aber die sehen auch nach was aus. Ninja-Skins an sich hatten wir ja schon in Fortnite, es gibt ja schon verschiedene, es gibt einen Samurai-Skin, es gibt ein paar Ninja-ähnliche Skins auf jeden Fall, das ist jetzt full on 100% Ninja, ich finde den weiblichen noch ein bisschen geiler, aber der männliche hat ein bisschen was von Kakashi, ne? mit seinem Kunai am Rucksack da hinten, dem verbundenen Auge und auch, dass der Mund und die Nase verdeckt ist, na, schon ganz cool, auf jeden Fall sehr, sehr nice Skins, wie gesagt 1500, bisschen teuer, aber die sehen auch wirklich ziemlich gut aus. Schnellschlag, die Axt hier im Set dazu, Äxte finde ich immer ziemlich cool, die klingt ein bisschen schwach auf der Brust, aber für 500 ist die, denke ich, noch in Ordnung. Als nächstes kommt der weibliche Räuber-Skin vom Galgenvogel-Set, wie ich finde, ein sehr schönes Set und ich finde auch den weiblichen Skin um einiges besser als den männlichen, kostet halt auch 1500, ne? Etwas teuer, wie ich finde, für diese Skins, aber da würde ich auch, denke ich, mal eher zu den Ninjas greifen. Zaubermacht hier, eine ganz nette Hacke mit Arcanen-Philifans um drumherum. Dann der mega geile Garnison-Skin für nur 800 V-Bucks zu haben hier, mit seiner Augenklappe erinnert mich immer an Nick Fury von den Avengers. Und dann haben wir noch die magischen Schwingen, 1200, bisschen teuer, für 1200 gibt es wirklich mächtige Gleiter, aber auch der zählt ganz vorne mit dazu, der sieht schon wirklich cool aus. Diese Engels schwingen, die diesen Zauberstaub verstreuen. Als nächstes den Gekonnt-Tanz, da lasse ich euch mal wieder mit der Musik alleine. Super Musik und super Tanz, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Der Shaolin-Sit-Up, einer der coolsten 200er-Emotes, wie ich finde. Vor allem, den kann man auch ruhig öfter mal wiederholen. Das Sound ist auch super. Natürlich kann man das auch ad absurdum führen und ganz oft hintereinander wiederholen. Das sieht dann ganz witzig aus. Und passt natürlich auch thematisch zu den Ninjas-Skins. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zum Shop in die Kommentare und was ihr euch gegönnt habt. Ich verabschiede mich immer an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Cut und ciao. Schreibt mir auf jeden Fall. Schreibt mir auf jeden Fall. Schreibt mir auf jeden Fall. Schreibt mir auf jeden Fall.